Mirrorscape, Gefangen im Reich der Bilder, von Mike Wilkes. Mel kann sein Glück kaum fassen, als er die Möglichkeit erhält, in der berühmten Künstlerwerkstatt von Ambrosius Blank zu lernen. Er findet auch bald Freunde in seiner neuen Schule und gemeinsam entdecken sie, dass es Gemälde gibt, die das Portal in eine andere Welt bilden. Mirrorscape, die Spiegelwelt, in der Bilder zum Leben erwachen. Als ihr Meister in eine hinterhältige Falle gerät und nach Mirrorscape entführt wird, können nur Mel und seine Freunde ihn noch retten. Mirrorscape ist der erste Roman des erfolgreichen englischen Künstlers und Ausnahmetalents Mike Wilkes, der wie Mel schon ganz jung ein Stipendium für die Kunstschule bekam und heute in vielen bekannten Museen auf der ganzen Welt ausgestellt wird. Entsprechend bildhaft ist Wilkes Sprache. Aus seiner Feder stammen auch die Vignetten, mit denen das Buch ausgestattet ist. Mirrorscape, gefangen im Reich der Bilder, erscheint im Oettinger Verlag für 17,90 Euro.